Geht ein A! A! Sie! Sie! A! Superzeit! A! Superzeit! A! Superzeit! A! Superzeit! A! Zettel! Sie sind wie heavy! Ich bin Lernard Dambekhans, ich gehe in die Q2S an der OCT und bin dieses Jahr wieder Teil des Staffelteams der OCT. Ich bin Luis Schwarz, gehe in die Q2S und ich bin ebenfalls Teil des Staffelteams dieses Jahr. Ja, also ich bin Raimond, ich gehe auch in die 12. Klasse der OCT, das Sportprofil. Einerseits bereiten wir uns für den Staffeltag natürlich durchs Training vor. Dass wir da unsere Leistungen auf jeden Fall verbessern im Idealfall und die Wechsel erstmal reinbekommen. Und sonst, die unmittelbare Vorbereitung ist dann einfach für mich persönlich guter Schlaf. Am Tag davor und auch am Morgen davor die richtigen Sachen zu essen. Nicht irgendwie irgendwas, was schwerverdauerlich ist oder was man vielleicht nicht so gut verträgt im schlimmsten Falle. Aber dann ist eigentlich alles ready für die Staffel und für den Lauf. Ich bin Linda und ich gehe in die Q2 Sport. Ich bin Hanna und ich gehe in die Q1 Sport. Ich würde sagen Teamgeist. Dass man da ein gemeinsames Ziel verfolgt, das macht so ein Staffelteam aus, würde ich sagen. Einfach Gemeinschaft, Freude am Laufen haben, aber auch wenn es ernst ist, dann ist es ernst. Wenn es locker ist, dann auch mal locker sein. Eins unserer Rituale ist, glaube ich, dass wir uns immer alle Staffelteams von der OZD in der Schule treffen. Einen Abend, bevor wir laufen müssen morgens. Und da essen wir immer zusammen. Das heißt Nudel essen, aber man kann auch andere Sachen essen da. Ich glaube auch, dass bei den meisten der Abend sehr unruhig ist vor der Staffel. Also bei mir zumindest. Ich kann ja nur für mich sprechen. Meistens viele Gedanken und wenig Schlaf, aber dafür sieht der Tag darauf umso besser aus, im besten Falle. Im besten Falle. Also ich finde gerade an der OZD ist halt einfach wirklich dieser Spirit der ganzen Schule sehr besonders. Das wirklich zum Staffeltag hingefiebert wird und das nicht nur ein, zwei Wochen vorher, sondern auch wirklich schon Monate im Voraus. Und ich glaube, das Gerede über die Staffel wird nie wirklich leise. Also man hört immer auf den Gängen auch Diskussionen über die Staffel, über das nächste Jahr, über das vergangene Jahr. Also das Thema Staffel ist eigentlich immer präsent und nicht mehr wegzudenken. Ich glaube auch, dass es eine große Ehre ist, da mitzulaufen. Auch wenn man bedenkt, dass schon 70 Jahre vor einem Leute da gelaufen sind. Wie auch zum Beispiel Elternteile von vielen, die hier laufen. Also ich würde sagen, dass dieser Teamgeist von der ganzen Schule das Ganze besonders macht. Dass man so die ganze Schule hat, die einen den Rücken stärkt und einen anfeuert. Ja, ich finde auch im Vergleich zu anderen Schulen ist unsere Schule schon so relativ weit vorne so, dass wir schon so richtig den Staffeltag abfeiern und die ganze Schule auch richtig sich darauf freut. Und einfach diese Gemeinschaft, so zu wissen, dass die Schule hinter einem steht, ist einfach wirklich cool. Ja, mit dem Druck, wie geht man damit um? Also eigentlich gibt es keinen Weg, diesen Druck komplett auszuschalten, meiner Meinung nach. Der ist immer da, auch wenn man öfter schon mitgelaufen ist. Ich weiß es gar nicht. Man probiert es runterzuschlucken. Es ist immer da, auch wenn man sagt. Ich weiß es gar nicht. Ja, ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Ein bloß ist arm. Ein roher und dieinigte. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich glaube auch, dass man mit unvorhersehbaren Situationen nicht wirklich umgehen kann und einfach das Beste draus macht. Ich glaube, ich kann aus Erfahrung sprechen, dass man jetzt auch mal einen Staffelstab am Boden aufhielt, das ist dann nun mal so. Da kann man dann auch nichts machen, außer versuchen zu laufen. Ich glaube, das Wichtigste ist im Nachhinein einfach, sich unseren anderen dafür nicht die Schuld zu geben, sondern einfach als Team dann stark zu bleiben. Und ich glaube, das ist dann auch ein Thema, ich glaube, das ist dann auch ein Thema, ich glaube, das ist dann auch ein Thema. Wir verlieren die OZT! Also aufgeregt bin ich eigentlich immer nur, wenn ich auf der Bahn stehe. Und wenn es dann kurz davor ist, dass die Staffel halt startet und es alles losgeht. Und dann hilft natürlich, wenn dann die ganzen Schulfans da den Rücken stärken und einen anfeuern. Also kurz vorm Startschuss ist immer richtig, dann geht es richtig ab. Bis dahin ist auch eher so Aufregung, so hält sich noch relativ in Grenzen. Also uns gut. Ja! Oh, 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 oh! Eleva minha alma Vem, eu canto pra você Eleva minha alma Eleva minha alma Gewinnen ist immer gut, also das gute ist das Gefühl. Untertitelung des ZDF für funk, 2017